ich lutsche sack nein ich bin nicht nervös der ist dahinter guck die hecken so kacken reiß mann joda joda wohin mit dem schuss boga oh mein god ich bin hier weiter weg von der wand als du das heißt du kannst hier den track nie machen eigentlich darf ich ausheben ja mach mal deine wahl wer macht sich die mühe und malt den ganzen skill tree mit das ist automatisch alles klar was soll ich denn jetzt hier werfen der bau kommt jetzt glaube ich in ungefähr zehn sekunden zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei drei zwei eins ach lol warte hier ist offen ich lutsche sack der ist die den habt ihr alter die 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 60 Euro gekostet, hab ja auch nur Crap rausgezogen. Mach mal die Redkiste auf. Oh Daniel, oh, oh. Ach, das ist gar nicht brau. Hahaha. Fria, ist geil. Na, guck mal wie der hier steht. Steht der bei euch auch? Alter, ja man. Alter, der macht richtig gut. Guck mal, der bläst mir richtig. Letzte Backung erwischt. Bleibt in der Lunge steck, ich kann nicht reden. Hahaha. 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 Ich sterbe gerade, Alter. Hahaha. Bin ich hier verreckt, implodiere ich, Mann. Ich bin currently on the valley. Aber ich hab jedenfalls versucht, Valley of the Beast zu stick klicken. Hahaha. Hahaha, wird ausgesaugt. Hahaha. Komplett junger Tim, der so pennen die pennen. Hindert, ne? Ohne Scheiß. Er sagt auch, ich hab meiner Freundin ein schönes Weihnachtsgeschenk bestellt. Adventskalender. Hahaha. Hahaha. Und melding. Hahaha. Hihi. Top mit. Banane. Ah. Ja. Ja. Hahaha. Hahaha. Bestimmt stinkt der übelst. Bauche sind allgemein scheiße, aber was ich noch mehr hasse als raus... Eure Mütter sind alle scheiße. Hahaha. Das ist ganz schön zu missgeboren, Alter. Hahaha. Ich hab dir jeden Fall gebildet, Alter. Ja. 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 Ja.